Willkommen zu einer neuen Runde des Survival Games zusammen mit den Herrn Blaze. Hallo! Es leckt gerade. Der Entschlatzelkraft, also den Frame. Hallo! Und der Sony. Warte! Na, wie geht's euch? Blech wie immer. Blech geht's immer gut, genau. Wo ist denn der Blaze? Ich seh den nicht. Euch beide seh ich. Genau neben mir. Aber wo ist der Blaze? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Okay. Denke ich jetzt mal. Ach, das ist wieder die mit den Gruschen abgeründen dazwischen, ne? Ja, mit den Gruschen abgeründen, ja. Die Gruschen abgeründen, da zwiechen. Ja. Genau, die Bioshock Infinite Map. Was? Bioshock Infinite. Ne. Doch. Das ist Survival Games 7. Jalla jalla jalla. Was ist you have? Ich kenn nur you have, na. Was, mit 5K Abos auf YouTube. Kriegt man hier schon WIP? Dann will ich sofort WIP haben. Oh, ich bin schon tot. Den muss ich anschreiben dafür? Wie du bist schon tot, was hast du gemacht? Hell, gab's keine... Es gibt kein Spawnside. Also keine Schutzside, gibt's nicht. Wusstest du nicht. wusstest du nicht als pech deswegen rennen wir in die mitte toll ist einer vor mir das kann ich ja schon mal ganz vergessen dahin hin zu rennen wo ich jetzt mal meine kisten oder darüber jetzt weiß ich das nächste mal was du hast schon noch unnötig gespielte muss da schon wissen oder nicht hat mich keine angegriffen da habe ich nur alle weggerotzt alle weggerotzt was ich muss mich mal in ruhe lassen ach kerl warum greife ich ihn auch an die deb ohne waffen das ist eine gute frage da oben vielleicht nur eine kiste und wie komme ich da jetzt hoch kommt man da hoch ist ja eine gute frage möchte wird jetzt nicht abstürzen oder so ich hasse ist man steht an einer kiste looted die geraden wird instant von hinten gekillt natürlich muss aufpassen vorher gucken wollen gut ist bei einem holzschwert komme ich halt im moment auch noch nicht wirklich weit hallo tür wirst mich rollen dankeschön aber wenn man nichts hat zum zurückschlagen das doof meinst du mit der faust hatte ich jetzt nicht wirklich eine chance gegen den holzschwert der blaze muss diesmal schaffen du sagst du so in deinem jugendlichen leichtsinn ich bin älter als du aber das hat man schon so oft ja das stimmt und sich nur um stunden handeln wenn you buy a premium rank es hat hier gerade jemand geschrieben da kann man ja auch so dass wir wirklich hier gibt es ja keine hat doch klar irgendwo gibt es admins aber ich sehe keine irgendeinem gehört der server doch ja verreite zum beispiel ich hole dich das ist ja süß das drecksloch hier sieht so aus wie wie erste behausung erste nacht in in vanilla minecraft wer lebt noch von euch ich immer noch ich habe noch keine hose gekriegt renn hier ohne hosen rum das ist schön da zieht es unten rum ein bisschen lass baumeln ein bisschen schwierig werden ich habe jetzt einen guten film gesehen also ich finde ihn ganz gut base pirate hankuck hankuck irgendwie sowas ein anime ich gucke in letzter zeit sehr viele filme während ich im zug sitze und meistens ist es irgendwie ein trash aber der war ganz gut racing trash dass sie da eigentlich beim bahnstreiken im auto gefahren oder bis gar nicht arbeit gefahren der bahnstreik hat mir also offiziell 80 euro gekostet benzin teuer war ja mein auto frisst auch nicht gerade wenig ist halt ein großes auto ne ich habe noch irgendwas in einer kiste wahrscheinlich nicht ne ne glaube ich auch nicht ne ist nichts mehr drin muss nicht nachgucken ach einmal gucken schadet nicht jetzt häng ich hier warum kann ich hier nicht weiter siehst du weil du nur nachguckst wirklich alles leer gelootet ne oder ist da jetzt was zu essen hat sich doch schon gelohnt um wieder voll zu sein also zum vollsam auch nichts zu essen dann nehme ich ein Bier fertig ich oh Mann ey... der ist ja flacher als sarazar also ein fünf liter Bier aber um bam 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 aber was willst du dir machen ohne essen ohne anständiges schwert da ist noch echt ein sarazar bis zum nächsten mal Tschüss. Tschüss.